Ja, hallo, meine liebe Tochter. Ich muss mal kurz was klären. Oh, ist dir das jetzt peinlich? Sag mal, denkst du eigentlich nur über dein Alter nach? Gibst du dir was weg? Zu Erden gibt's Rüsch bei Katzen, wie du weißt, ja? Also, Spaß, schön, dann ist die Mama zufrieden. Damit ihre Mutter sie nicht überrascht, machen sie jetzt die Sparkassenaltersvorsorge. So, herzlich willkommen zu den 35 Gesprächen und den heutigen Punktspielen. Sie treffen sich an. Ich begrüße unsere Gäste, den Trainer, Jürgen Schmitz. Ich herzlich begrüße Sie noch einmal an alle anderen Gemeinden von unserer Seite, Gerd Schädlich. Ich denke, wir geben zuerst das Wort von Schmitz. Er wird uns sagen, wir an die Partei heute einschließen. Herr Glückwunsch, an den Kämlitzer FC, an meinen Trainer überlegen, Jürgen Schädlich. So spielt man zu Hause mit Fußballzahlen, vor allen Dingen in der Snipe-Zeit. Wir hatten große Sorgen um Zugriff zu bekommen, Struktur zu bekommen, in der Defensive, mit dem bedecklichen Hälfte-Spiel. Herr Kämlitzer, offensiv haben wir fast nicht stattgefunden. Mit dem Wechsel in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel ein Stück weit offen gestalten können. Wir hatten dann auch eine Phase, wo wir da dran waren, am Drücker waren, auch nach vorne zu spielen. Wir kennen zwar Chancen über Gewicht, Verbiet gewonnen, keine Frage, gibt es keine Diskussion. Vielleicht eine Randbewegung, wir sind ja nach Schwierigen in der Kritik-Situation, das ist immer den Blick nach hinten. Nehmen, dass ein Spieler wie Jan Walshaus in der Hälfte, unserem Spiel der letzten Wochen, Stabilität mit Nikolas Feldheim in seinem Wahlmittelfeld, gegeben hat, wie ich spielen konnte, aufgrund, dass er nicht spielberechtigt ist. Das hat natürlich schon bald ein kleines Stück, und das Spiel muss ja trotzdem gespielt werden, und die Spieler, die da spielen, von denen er aber durch den Durchschnitt sehen, entsprechend die Klasse zu zeigen, in der dritten Bundesliga, dass er nicht spielen kann, das war schon ein kleines Skandal. Ja, dass der einzige Fußballverband, der einmal auf Rot gesetzt hat, da spielt er eigentlich nicht, obwohl er noch in Dortmund gespielt hat. Das muss man erst mal auflernen, aber das hat natürlich schon auch in der Vorbereitung auf die Partie und die Formation Stande auch für die erste Halbzeit ein bisschen Ruhe reingebracht, aber nichtsdestotrotz, die Kämpfer haben uns gezeigt, wie ich zu Hause spielen muss. Mit Einsatz, mit Spielfreunden, mit Spielwitz, Zweikämpfe, bis sich gestaltet, und da waren wir auch häufig zweiter Sieger, und das können wir uns gerade so dann im Abschiedskampf nicht erlauben, und dann haben wir nächste Woche Freitag zu Hause gegen Darmstadt so ein richtiges Einspiel. Danke. Ebenfalls schönen Dank, Schmidt. Ich denke, wir sehen heute mal einen durchaus zufrieden Trainer, Gerhard Schäppich. Ja, kann man schon fast zufrieden sein, weil wir, denke ich, in der ersten Halbzeit gut im Fußball gespielt haben. Rekord hat es schon angedeutet, wir haben uns ja bei sich angeregt, haben wir viele Stationen gespielt, das war recht ordentlich alles, aber mit einer Einschränkung, dass wir nicht so die Tore vorzielt haben. So viele Chancen gab es in der ersten Halbzeit, natürlich auch in der Spieleanlage, wie sich alle gezeigt haben, wie wir von hinten aus gespielt haben, das war richtig gut. So läuft es halt verteilt das Spiel, auf dem Wachler hat er noch mehr dagegen gehalten, hat versucht, nach vorn sich handeln zu arbeiten, gerade auf ein, zwei breitzeige Situationen. Wir haben dann das 1-0 erzwungen, und ich denke, am Ende haben wir verdient gewonnen. Ich bin erst mal froh, dass wir diese drei Punkte eingefroren haben und vor allen Dingen, dass wir diese kritische personelle Situation so gut gemeistert haben. Sicherlich auf Dauer geht das nicht, das habe ich auch der Mannschaft vom Spiel gesagt, aber kurzzeitig kann man mal solche Dinge kompensieren und das muss ich sagen, hat die Mannschaft sehr gut gemacht. Dankeschön, tatsächlich. So, Sie haben bestimmt Fragen zum Spiel, bitte. Herr Schmidt, Sie hatten das eben wieder wie an Wasshausen so ein bisschen angedeutet. Können Sie das noch konkretisieren, was da genau jetzt vorgefahren ist? Ja, erst mal, die Mannschaft hat, trotz dass wir letzten Mal zu Hause eigentlich nur gewonnen haben, eine gewisse Stabilität, Grundstabilität, auch was die Formation betrifft, sich verarbeitet. Und da war Blah, war Blah, war Blah, war Blah, war Blah, ist ein Feldplan, spielt auch heute wieder das defensive Hüttelfeld, um noch die Offensive, der offensivgestarben Spieler auch ein Stück weit aufzunehmen. Da war Danilo Gantroth, unser Teamorganisator, der das Spruchformular macht, ihn einkleben wollte, ging es nicht. War auf Rot gesetzt, also Rot gesetzt heißt, er ist nicht spielberechtigt, das liegt für am hessischen Verband. Und damit war natürlich kurzfristig erst mal Neusortieren, bei Aufsätzen, hat aber jetzt trotzdem nur mit dem Mittelbau was zu tun, aber es hat schon einen kleinen Knick gegeben, das war da erst mal von der Formation schon weg. Ja, so nachvollziehbar ist das Rot-Extremium. Das würde ich nicht nachvollziehen machen, das ist ein Skandal. Also ich habe einen Spieler jetzt verzichten muss, der, glaube ich, spielberechtigt ist, er hätte mal ein Kettnuch gespielt, aber in der Fall war es nicht mehr. Kann mich jetzt nicht erinnern, dass man Donnerstag, Freitag, ich glaube, das ist eine rolle Kattensicherheit. Danke schön, dass wir das Problem bleiben, was wir hier auch nicht mehr haben. Müssen wir auch nur noch klären. Das können wir euch nicht klären. Grüße, wenn das alles war, dann bedanke ich mich vielmals. Wir hören, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Form einleiten und unsere Gäste auch mit einmachen. Und die nächsten Spiele, dann wiedersehen. Hallo. Danke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020